In der Berliner Zeitung gab es gestern ein Interview mit unserem ehemaligen Bundeskanzler Schröder. Er sagt, das ganze Blutvergießen im Ukraine-Krieg hätte verhindert werden können, wenn die USA die Friedensverhandlungen nicht blockiert hätten. Das sind echt harte Anschuldigungen. Alle Details in diesem Video. Es wird ja bereits schon sehr lange gemunkelt, dass sehr früh im Ukraine-Krieg die Bereitschaft von beiden Seiten für einen Waffenstillstand bestand. Es wird gesagt, dass bereits im März 2022 Friedensverhandlungen stattfanden, aber die USA und die Briten ihr Veto einlegten. Und das ist natürlich richtig, richtig schlimm, wenn man bedenkt, wie viel Blutvergießen und wie viel Leid daraufhin folgten. Und sollte das wirklich wahr sein, dann gehören sowohl die USA als auch die Briten von der UN verurteilt und bestraft. Und so wie es jetzt aussieht, ist es wirklich wahr. Unser ehemaliger Bundeskanzler hat gestern in der Berliner Zeitung ein Interview gegeben und hat das alles offiziell bestätigt. Die BZ schreibt Gerhard Schröder im Interview. So scheiterten die Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland. Schröder sagt, ich bekam 2022 eine Bitte aus der Ukraine, ob ich nicht zwischen Russland und der Ukraine vermitteln könnte. Die Frage war, ob ich Putin eine Botschaft übermitteln könnte. Es käme auch jemand mit, der ein sehr enges Verhältnis hätte zum ukrainischen Präsidenten selbst. Das war Rostov Umerov, der heutige Verteidigungsminister der Ukraine. Okay, also die Ukrainer selbst haben bei unserem ehemaligen Bundeskanzler Schröder angefragt, ob er in diesem Krieg vermitteln kann. Und da der Verteidigungsminister der Ukraine, Umerov, dabei war, war es also offenkundig mit der ukrainischen Regierung abgesprochen. Weil klar, Verteidigungsminister Umerov untersteht ja direkt dem Präsidenten Zelensky. Und an sich war das eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil Schröder hat ja bekanntermaßen ein gutes Verhältnis zu Putin und hat deswegen dessen Vertrauen. Also anders als die ganzen jetzigen westlichen Staatschefs, die ja immer nur neue Waffen liefern wollen, anstatt den Krieg mit Diplomatie zu beenden. Und Schröder hat sich dann insgesamt fünf Punkte überlegt, wie er diesen Krieg beenden könnte, respektive über welche fünf Punkte man sprechen muss, um Friedensverhandlungen herbeizuführen. Erstens natürlich den Verzicht der Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft. Zweitens auch wieder Einführung Russisch als Amtssprache. Drittens, der Donbass soll zwar in der Ukraine bleiben, braucht aber eine viel größere Autonomie. Viertens, die Ukraine braucht natürlich andere Sicherheitsgarantien, wenn sie nicht in die NATO gehen darf. Und fünftens, die Krim muss bei Russland bleiben. Also das war der Plan, den Schröder sich überlegt hatte. Und dazu hatte er sich viele Gedanken gemacht und viele dieser Punkte mit Inhalte geführt. Aber jetzt kommt leider, leider der springende Punkt, der alles zunichte gemacht hat. Die BZ spricht weiter. Die einzigen, die den Krieg regeln könnten gegenüber der Ukraine, sind die Amerikaner. Bei den Friedensverhandlungen im März 22 in Istanbul mit Omerov haben die Ukraine keinen Frieden vereinbart, weil sie nicht durften. Alter Schwede. Die mussten bei allem, was sie bereden, erst bei den Amerikanern nachfragen. Ich habe mit Omerov zwei Gespräche geführt, dann mit Putin ein Vier-Augen-Gespräch und danach mit Putins Gesandten. Omerov hat das Gespräch mit Grüßen von Zelensky eröffnet. Als Kompromiss für die Sicherheitsgarantien der Ukraine wurde das österreichische Modell oder das 5-plus-1-Modell vorgeschlagen. Das fand Omerov gut. Auch bei den anderen Punkten zeigte er Bereitschaft. Er sagte, dass die Ukraine keine NATO-Mitglieder wollte und er sagte auch, dass die Ukraine russisch im Donbass wieder einführen wollte. Doch am Ende passierte nichts. Mein Eindruck war, es konnte nichts passieren, denn alles weitere wurde in Washington entschieden. Und das war fatal. Das Ergebnis wird nun sein, dass man Russland enger an China bindet, was der Westen nicht wollen sollte. Also das ist schon ziemlich harter Tobak. Der ukrainische Verteidigungsminister Mirov hatte mit Putin gesprochen und Gerhard Schröder hatte vermittelt. Gemeinsam hatte man offenbar einen Kompromiss gefunden, der zu Friedensgesprächen führte. Selbst die Bild-Zeitung hatte damals im März 2022 ja genau das gleiche berichtet. Sie schrieben, endlich Frieden in Sicht. Einigung zwischen Ukraine und Russland in nächsten Tagen möglich. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte selbst bereits Zugeständnisse für Verhandlungen angedeutet. Er beharrte nicht mehr auf den NATO-Beitritt seines Landes, sagte er dem US-Sender ABC. Und auch zu einem Kompromiss um die Krim und die abtrünnigen Provinzen im Donbass sei er bereit. In jeder Verhandlung ist mein Ziel, den Krieg mit Russland zu wenden, so Zelensky zu Bild. Und an diesen ganzen Verhandlungen, da war ja nicht nur der Verteidigungsminister Mirov beteiligt, sondern auch der Außenminister Kuleba. Also im Endeffekt wollten beide Parteien, sowohl die Ukraine als auch Russland, unbedingt Frieden und die Verhandlungen machten sehr gute Fortschritte. Und da muss man sich natürlich fragen, warum sind diese Verhandlungen dann gescheitert, wenn es so gute Fortschritte gab und eigentlich niemand Bock auf Krieg hatte? Also zumindest nicht die Ukraine und Russland. Die BZ schreibt dazu weiter, laut der Ukraine haben die Massaker von Butscher, die die Russen verübten, zum Ende der Verhandlung geführt. Und Schröder antwortet, bei den Gesprächen mit Umherow am 7. und am 13. März war von Butscher noch nichts bekannt. Ich glaube, die Amerikaner haben den Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland nicht gewollt. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht es leider aus. Die Ukraine und Russland wollten Frieden und hatten bereits an einem Kompromiss gearbeitet. Aber die Amerikaner haben diesen Kompromiss nicht gewollt und wie blutig der Krieg danach weiterging, das können wir ja jeden Tag in den Medien sehen. Und warum die Amerikaner diesen Kompromiss nicht wollten und die Friedensverhandlungen boykottierten, das kann sich ja jeder von euch selber denken. Fragt sich jetzt nur noch, warum Zelensky diesen Kompromiss nicht gemacht hat und die Amerikaner nicht einfach ignoriert hat. Tja, das liegt natürlich einfach daran, dass die USA einfach der größte Kriegsverbündeten von der Ukraine sind. Von dort bekommt Zelensky einfach das meiste Geld und die meisten Waffen. Und daher war es für Zelensky einfach ein riesengroßes Pokerspiel. Weil hätte Zelensky die Amerikaner ignoriert und diesem Kompromiss für Frieden zugestimmt, dann hätten halt zwei Sachen passieren können. Erstens, alles wäre gut gegangen, es hätte Frieden gegeben und die Ukraine hätte mit dem Wiederaufbau beginnen können. Oder zweitens, Russland hätte die Ukraine angelogen und weiter Krieg geführt und dann hätte die Ukraine ohne die USA als Verbündeten sofort verloren. Und ich meine, aus meinen Augen hat die Ukraine diesen Krieg sowieso verloren, spätestens jetzt, wo der US-Kongress alle weiteren Gelder für die Ukraine gestrichen hat und die Amerikaner jetzt ihre volle Priorität auf den Israel-Krieg legen. Und daher bin ich der Meinung, Zelensky hätte es damals versuchen sollen. Er hätte den Friedenskompromiss annehmen sollen, weil damals hatte er noch eine deutlich bessere Verhandlungsposition. Weil so, wie Zelensky jetzt dasteht, jetzt ist seine Verhandlungsposition deutlich schlechter und er müsste noch mehr Kompromisse machen. Aber, was denkt ihr denn dazu? Hat Gerhard Schröder recht mit dem, was er sagt? Haben die USA den Frieden in der Ukraine damals wirklich blockiert? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video. K K